KKW und Statt Begrüßt Neuschwannein die Probeinigung die Verlömer machen aber das kommt das es ist die Mikrofone schlägt es kommt unbedingt vor es lieben Davido Prozent noch mal äh es ist ich habe mich aufgenommen TGW 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 Gott war du musst grad daran denken dass du irgendwie sagst Davido TGW komm 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 TGW ich darf ja nicht lachen mach jetzt TGW und Davido begrüßt euch zu einem neuen Projekt nämlich Nämlich Vita Beast Ultra Ultimate und die Hochschule äh was egal komm mal noch mal oh man ey TGW und Davido begrüßt euch zu einem neuen Projekt nämlich Vita Beast Ultra Schösslich nein Eintracht Eintracht kommt alles was wie die die Ernten kommt es auch Zoller es kommt für die Sitzel ist nach der Reihe Thema ist ganz ehrlich ich bin jetzt erstes Lachen nicht da ein jetzt geht das auch er hat mich schon so machen der top-level ist okay es ist das hat sich alles will jemand stehen so geht es wieder Warte, red noch mal. Ich rede jetzt noch mal, aber bei dir geht es eh auch nicht. Tegavi und Davido begrüßt dich zu einem neuen Projekt. Feet the Beast Ultimate. Ja, es hat geklappt. Na endlich, yay. Juhu, wir sind zurück und wir sind geiler drauf als zwei Hasen im Stall. Ey, das wollte ich auch gerade mal. Oh, Mann. Microphone muted. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon vorher diese paar Fails gesehen, die wir da fabriziert haben. Es hat nicht mit uns zusammengegangen. Nein. Na doch, okay. Gut, und dann stelle ich mal den Timer. Ja. Gut, und wir sind zurück. Ja, ich freue mich so auf Fiete bis alt. Ich liebe die ganze Reihe Fiete bis alt. Ich liebe die ganze Fiete bis alt. Ich liebe es einfach die ganzen Technik Scheibe der Baumkraft. Und wir sind zurück und wir gleich einen geilen Platz zum nächsten Mal. Genau. Und wir haben uns überlegt, wir machen eine, dass die erste Folge wird die Special Folge, nämlich... eine Stunde lang. Ja. Und danach wird's in 20... Und danach immer 20 Minuten weiter. Genau. Ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal beide Formen Nitrados einfach runter. Warum? Warum? Weil da ist schon wieder so scheiße war die Verbindung. Den hat man nicht. Na komm, mach mal schnell. Nein, 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 nein. Ich hatte keinen Bock. Komm, mach jetzt. User disconnected from your channel. Ach, das ist doch so. Ah, okay. Warum bist der so auch vor... Oh, ne. Der hört mich ja nicht. Egal. Okay, dann kurz. Würde ich sagen. Ja, und... Was und? Gibt's irgendwas zu sagen zu diesem Projekt? Nein. Nein, nur, dass ihr auch beide sichten auf unserem Kanal seht, denn es ist jetzt nicht mehr ein Kanal, sondern unser Kanal. Also von David werden jetzt auch ein paar Videos kommen in nächster Zukunft. Hoffe ich jedenfalls für dich. Dein Spaß. Aber wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Also entweder laden wir beide sichten so als extra Video hoch, oder dass man halt eine Sicht oben in der Ecke sieht, aber... Ja, das ist so ein bisschen blöd mit dem Schicken noch und so, weil das dauert schon recht lange das hochladen und wir wollen wirklich jeden Tag eine Folge hochladen. Da steht. Ja. Bei mir nicht. Und zwar verdammt lang. Bei mir ist er ganz normal. Nur ausgeflogen. Wie liegt das bei dir? Äh, an dir eigentlich. Und bei mir funktioniert der perfekt. Ah, jetzt geht er auch rein. Genau der Pflogen. Ja, jetzt hast du gemerkt. Ja, jetzt hast du gemerkt. Ja. Wir haben ein paar Mods dazu installiert. Ja, genau. Zum Beispiel den Backpack Mod und Battle Towers Mod, wobei wir auf diesem Server bis jetzt noch keinen Battle Tower gesehen haben. Ja, wir haben, äh, was ist noch dabei? Der Ruins Mod. Genau. Und haben wir aber auch noch keine Ruine von gesehen. Scheiße. Juhu. Fuck. Hä, sind das... Sag bloß, ey. Was? Ahaha, hier sind schon Dias. Ich habe Dias gefunden. Ich sehe keine Dias. Ach stimmt, das ist das Nikolait, kann das sein? Nein, das ist, glaube ich, dieses... Das sieht doch... Das sieht doch... Ja, meine ich doch. Das sieht bei mir aber 100%... Okay. Das sieht bei mir 100% genau aus wie Dias. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder raus? Gar nicht. Bleib gleich für immer drin. Na unten. Na, 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 na. 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 Na, 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 na. Ja, dann brau dich halt so an der Seite hoch. Ach so, ah, das sind ja nebenbei da in 5. Ah. Ja, das hab ich auch schon festgestellt. Hm. Ja, was ist noch dabei? Ja, was ist noch dabei? Äh, der Trick... Ah, warum kriest ich? Ah, was war das denn? Was ist das? Quarzkristal. der Fieke Täter Mord ist auch dabei und die Griebige die Kriege Täter die die Trieke Täter mit der Bieter in Bezug er und mit es nach doch wir haben so lange gefehlt dass der Tag rum ist es gibt doch gar nicht weil ich glaube wir werden zuerst einmal beendet und bei diesem Dorf bleiben also ich hatte schon Platz gefunden für mein Haus denn ja was kann man ja genau wer mal gut ob Bettel Tauers da sind da schon ein Superplatz für mein Haus gesehen denn diesmal werde ich kein Haus also nicht so wirklich ein Haus bauen sondern wird er unterirdisch bleiben das ist ja wirklich ein Superdorf ein Megadorf kommst du denn dann jetzt wieder raus ich arbeite dran okay dann besame ich mal eben die Felder Oho das Mikrofon Milden ja es kann sein dass Prozent Loflerzeit 2 2 1 zwei Leute dazu stoßen werden die werden aber nicht aufnehmen genau hast du irgendwo scharf in der Nähe gesehen dann wäre es mal vielleicht ein bisschen sinnvoll jetzt wäre ich fast wieder dann wäre es glaube ich sinnvoll um ein paar Schwerter zu machen ja ich ziehe mal in den Haus ein also Haus kann man das zwar nicht nicht auch man hier ist über keine Türen drin kannst du zwei Schwerter machen also Steinschwerter ja dann komm ich nicht mehr zu dir hin äh 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 genau ich habe es auch mal ein anderes Text erpäckten wollten ein bisschen Abwechslung nicht immer das Gleiche nämlich nicht immer als Facts deshalb ist es das vor Text drin ich habe das Sex bleib altmodisch ich würde sagen wie geht es müssen schon die die ich habe wenn man die Kühe ja genau ich dachte damit in die Gäte aber auch noch drinnen die der Wäsche in die Kälte dort Prozent halt ist nur was auch viele Kühe es gibt es ja gar nicht so viele Kühe Ja, ich würde sagen, wenn es dann wieder Tag ist, werde ich zu dieser Stelle da gehen, wo mein Haus dann hinkommt. Und wollen wir die Häuser so in der Nähe machen. Also gar nicht so in der Nähe, so, weißt du, was ich meine. Oder so ein bisschen weiter auseinander. Weiß nicht. Können wir uns da noch überlegen, oder? Ja, ich würde aber diese Folge gern schon mit dem Hausbau anfangen. Ja, aber wir haben ja genug Zeit. Na ja, es ist schon eine Viertelstunde weg, ne? Weg, meinst du? Ja, also zwölf Minuten. Drei Minuten davon sind einfach nur Fails, ey. Aufnahmen, also, um... Begrüßungsvieles. Begrüßungsvieles. Ich hab dann erst zehn lang, fang in der Nacht. Okay. Mir ist das Leder da reingefallen. Sonst findet man nur Schafe, ne? Ja, aber es ist... Das ist aber echt schon voll nervig. Eigentlich hätten wir noch mal am Anfang... wenn wir dann wirklich angefangen haben, noch noch Tage nach dem Essen. Da ist jetzt egal. Und man hat am Anfang ja immer einen ganzen Tag Zeit, ne? Sich so so zu Dingsen. Du bist eigentlich da hinten. Wenn du bist noch... Was ist auszüglichen? Nichts. Denn das Brüle ist... Wir können auch jetzt auch nicht mehr wirklich verlieren. Weil man die Namen ja auch jetzt auch durch Blöcke durchsiehen so richtig so. Und sieht, wie viele Meter man entfernt ist voneinander. Und auch wenn du sneakst, sehe ich deinen Namen trotzdem. Und in der Map sieht man den Namen. Ja, den Spieler. Nicht den Namen. Ich hab noch nicht meine Axt. Drei Steine für mich. Ich meinte hier eine Spitze. Ich hab einen Stein für dich. Ich würde sagen, ich gehe da schon mal hin, da, wo ich das wiederfinde. Da, wo mein Haus hinkommt. Ich setze mir vielleicht hier noch vor einen Waypoint. Damit ich das auch wiederfinde. Das habe ich das Feld kaputt gemacht. Oh nein. Jetzt habe ich schon wieder das Feld... Na, hab ich nicht. Egal. Alter, das ist ein Monster. Hä? Ja, ich glaube, wir werden uns behauptet. Hauptsächlich auf die Technik-Sachen und auf Thumbcraft. Ja, genau. Wir hatten nämlich so zwischendurch nochmal so einfach so zusammengespielt, ohne aufnehmen und so. Und da habe ich festgestellt, man muss wirklich ganz am Anfang mit Technik anfangen. Denn wenn man mit Thumbcraft anfängt, dann hat man einfach keine Rohstoffe und hat überhaupt nicht wirklich Lust, an Technik weiterzumachen. Und auch, und deshalb habe ich mir überlegt, fange ich jetzt als allererstes mit Technik an. Aber dafür müsste ich jetzt als allererstes mit Platz finden, wo mein Haus hinkommt. Und hier sind so viele Monstars. Böse, böse, böse Monstars. Gut. Wow. 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 Ist irgendwas? Ich habe ein kleines Problem. Ich habe Schafe gefunden. Ja gut. Genug für zwei Betten? Ja, locker. Und ein Skelett habe ich auch gefunden. Geld tot. Dass es erstmal baden geht. Oder besser gesagt geschluckt. Alter, Creeper. Creeper. Drei Creeper. Mein Schwert ist fast kaputt. Hilfe. Hilfe. Ah, noch zwei. War das eine Schlucht? Ah. Oh, ich bin rübergekommen. Ich habe nur drei Schafe. Oh nein, da hinten ist nur ein schwarzes Schaf. Das hole ich auch noch. Ah. Ah. Böse. Zwei Wolle fehlen mir noch. Ah. hier eigentlich auch Schaffleisch? Nö. Nein, mein Schwert ist kaputt! Nein, nein! Renn, renn, renn! Ich muss zu dir kommen. Du musst mir nochmal ein neues Schwert machen. Das sind noch Schafe, obwohl ich hier noch zwei Stücke kenne. Ah, sind da echt viele Kühle. Ah, sind da echt viele Kühle. So, jetzt reicht auch für zwei Betten. Ach, da ist doch die Stelle. Also jetzt jedenfalls das Gebirge. Und dann war die Stelle da auch irgendwo. Ein Wisp. Ein Wisp. Warum ein Wisp? Wegen Farmcraft. Ja, schon klar, aber hast du da schon teilgefunden, wo Truhe ist und so? Nein, die sind in einer Höhle oder so. Du sagst, du bist in einer Höhle? Nein, aber da ist eine Erhebung, also ein Hügel. Und unter diesem Hügel oder in diesem Hügel dürften sie drin sein. Okay. Ich setze mir hier noch einen Waypoint, damit ich das gleich wiederfinde. Ich will jetzt diese perfekte Stelle finden. Du, du, du. Wo war die denn? Auch hier müsste die irgendwo sein. Dann komm ich mal zu dir zurück und dann machst du mir einen Sperrt und ich kann dir drei Wolle geben. Und dann kannst du ja mitkommen und dann kannst du da ja auch, wenn du willst, irgendwo dein Haus hinsetzen. Ja, jetzt sind hier sauviele Schafe. Vorher hat man keine gefunden, es sind hier tausende an Schaf. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Schalt Kribber, dann hör auf. Krieg ich nicht mehr entsperrt? Achso, ich soll dir ein Schwert machen. Ja, du solltest nicht mehr entsperrt. Und du kannst mir auch noch ein bisschen mehr Steine geben. Dann muss ich mir nämlich nicht extra noch eine Holzspitze machen. Okay. 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 Danke. So, und hier drei Wolle. So, ich gehe dann jetzt wieder da hinten hin. Du bist der Waypoint. Da. Willst du mitkommen oder willst du erstmal hierbleiben? Na, ich komm mit. Kann ich meine Sachen mitnehmen? Ja, wenn du dann da hinten auch hin willst, ja. Okay. Okay. Auf jeden Fall, der Seed ist wirklich voll gut. Also, wenn man viel bauen will und so. Denn hier ist echt flache Ebene und so. Und echt cool. Warte, wenn ihr wollt, könnt ihr ja den Seed haben. Und hier könnt ihr ihn abschreiben, wenn ihr ihn haben wollt. Also, wenn ihr ihn cool findet oder so. Keine Ahnung. So. Aber wie viele Kühe, die sind. Ja, und Schafe und alles. Und Speine auch. So siehst du den Berg da? Da wollte ich mich dann reinbauen in den Berg. Ja, hab ich schon wieder verloren. Ich komme noch mal zurück. Bleib stehen. Ich bin wirklich nicht von der Stelle. Da siehst du mich jetzt. Ich muss jetzt meinen Namen sehen. Ja. Dreh dich. Ja, hier. So. Ah ja. Da musst du. Ah, so ist es besser. Okay. So siehst du den Berg da vorne? Nein, ich hab so verwendet, ist der Short. Sagst du, lass Short. Ne. Ja. 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 Es Aldi macht der. Aber man guckt dann voll. Null. Sie hat doch mal die Im Kristi gedreut, sowieso das Leben im Mittelalter, die es passt bei Nullst-S Schauen wir mal. Ein riesiger Berg. Hast du dir den schon mal auf der Karte angeschaut? Mhm. Wow, sind da viele Schweine. So, hier kommt meine Tür hin. Auf welcher Zoomstufe hast du das? Was, die Karte? Ja. Keine Ahnung, wo sieht man das? Ja, wenn du X drückst. Ja, Zoomstufe 1.0. Und wie kann ich rauszoomen? Auf Z. Nein, da zoome ich ran. Ja, und dann immer weiter. Irgendwann sollte es von vorne anfangen. 0,5 ist höchstens. Naja, egal. So. Ich will schon mal Türen hin machen. Ach. Ich will immer noch so lang ziehen. damit nicht so. Wie das hat in 1.5 ist. Das ist voll nervig. Dass das nicht geht. Ja, gerne mal steigt immer so um. Und dann gewöhnt man sich dran. Dann muss man wieder zurück umstecken. Zurück umstecken. Hehehe. Hehehe. So. Jetzt buddle ich mich runter. Ein Stück. Und dann kommt da ein Raum hin. Von diesem Raum zweigen dann nochmal mehrere Räume ab. Und dann wird das so. Ja, ich hab das nämlich schon mal gebaut. So in so ein Haus so. So ganz normal so im Singleplayer. Deshalb weiß ich ungefähr dann wie das aussehen wird. Und so wollte ich das nochmal machen, weil das halt echt cool ist. Ja. Ich bin auch redig jetzt so komisch. Denkst du auch gerade ein Haus anzubauen, oder? Kacke Holz. Fürs Haus. Ja. Holst du dich auch in die Erde, oder? Nein, er nicht. Beziehungsweise ich weiß noch gar nicht. Was ist schon Lava? Was ist denn das? Aluminium. Das ist schon wieder so ein Teil. Was kann man daraus eigentlich machen? Arzt Christ. Hallo, ich hab unbeleitet. Liquid Detektor. Was dann? Was dann? Wie? Ja. Den kann ich nicht. Abbau. Es ist typisch. Es ist aber blöd, dass hier Lava ist. Sehr blöd ist das. Ich glaube, ich würde am Anfang aber auch in einer Höhle bleiben. Oder halt mich in die Wand rennen. Ja? Ja. Vielleicht ist das mal ausgelistet. Mit da keine Mops. Also keine Mops. Hast du Kohle zufällig schon gefunden? Ja. und und sind gleich klar wird los woher auch nicht einzig die das heißt doch eine ganz genauer auch Vorstellung das Aussehen wird nur fällt mir gerade auf dass ich ohne Jetpack hier nicht mehr rauskomme so blöd dass dir das jetzt jetzt aufgefallen ist ja ich mach das einfach jetzt am Anfang mit Leitern und mach dann demnächst weg wenn ich dann mein Jetpack habe vorausgesetzt natürlich dass ich überhaupt eins habe dann irgendwann schon wieder so ein komisches Dingster Bums da was ist das? Weiß ich immer noch nicht was dann mach ich probier was aus ok ich warte was geht was denn ja ich hab's ich versteh schon war kurz verwirrt ne war grad eigene Dummheit warum ich verwirrte was denn nein ich hab grad ein Steck fast ein Steck ups ein Steck ups was das denn hops nein holz ein Steck hops fast ein Steck holz zu zu Sticks verwandelt oder umgewandelt und dann habe ich mich gewundert warum auf einmal das Steck das fast volles Steck holz weg ist ziel mit mit das ist ein Minimum nicht wenn ich doch alle die Menschen auch nicht das hat dann aber auch später brauchen das doch mit ganz einfach und jetzt ein paar Leiter muss ich hier auch wieder rauskomme die Leiter noch so ja oh ja 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 und nur so eine einzelne genau Kanalname wissen immer noch keinen gescheiten wie gesagt wenn ihr einen coolen wisst schreibt es in die Kommentare dann komme ich jetzt mal die Kohle von mir draußen von rechts und oder es in der Gäste warum ist eigentlich schon wieder nach die Gäste raus zu bilden rechts entlang oder das Prozent der Gäste und er ist ein Stück hoch auch oder neid und ein Skilette die Verhauts Kautz Kautz so was ist das doch nicht erst in der Klinik und ist eigentlich und ich frau schade schade und hat das sind jetzt Prozent siehe Post ein bisschen für Fakten dünn danke der Wertschirm so das versuche ich mal lebend wieder zurück zu mir nach Hause zu kommen in der Stahl ist das erste Stilett oder es kann auch gar nichts es hat mich nicht mehr getroffen der Eumel hier ist sogar Kohle und Kohlgeräusche eigentlich wieder damit an im Segen Nein es erschreckt nicht das zurecht ich habe ein ungutes Gefühl dass hier Monster in der Nähe sind das Skelett sieht mich aber zum Glück nicht ja guck ruhig in die andere Richtung ich möchte nämlich nicht dass du mich siehst genau den Dimensional Doors Mord haben wir auch noch hinzugefügt Mord Mord ist es ja ich mache aber schnell ein Bett dann habe ich nicht die Welt Mord so steht es einfach hier hin so bin drin Kürz und warum schlafen wir dann nicht geht doch weil du keine Geduld hast ich hab schon Geduld ne aber so jetzt erstmal ein Schlafzimmer denn schlafen ist das Wichtigste für mich ich muss immer schlafen und sonst bin ich müde und wenn ich müde bin dann geht das nicht und deshalb als allererstes ein Schlafzimmer hier in mein Haus rein und dann vielleicht noch ein Esszimmer denn Essen muss ich auch immer mit ich habe leider noch überhaupt keine Ahnung was ich für ein Haus bauen könnte ja du 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 mit deinen Häusern immer nee 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 ich brauchte immer relativ lang dafür ja er hat deshalb mach ich mal ein bisschen was anderes als sonst immer und jetzt mit abgebaut auch dämlich eben eine Güte nähe das wollte ich jetzt machen ich wollte einen Zaun machen oder auch zwei Zäune da einen kleinen Nachttisch und auf die andere Seite kommt noch ein Bett wenn ich mein Gäste kommen ja die schlafen im gleichen du und Gäste wer realistisch jetzt sind du jetzt eigentlich hier auf den Wecker Käse suchst du Streit, suchst du Streit oder was wenn ich so wollte Hahahaha ach ja wir müssen unbedingt zum Aufnehmen früher zum Aufnehmen anfangen glaube ich aber auch sonst bin ich immer so oder vor allem ich nicht so unmotiviert du bist also unmotiviert weil ich wirke jedenfalls so ja allerdings und so müde so verschlafen so verpennt er wird es schon wieder verzögert er wird es schon wieder verzögert wer 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 ach so und ich habe meine Axt vergessen ich kann ich wieder zurück klatschen und ich nehme Vorsichtshalber noch ein bisschen Holz mit denn ich habe das Gefühl dass ich nicht genug Holz habe um mir eine Axt zu machen kann es sein kann es sein dass ich hier der Menscheldor erst gefunden habe kann gut sein das sind so schwarze Flecken aber keine Tür ja das gehört auf jeden Fall zu der Menscheldor ich weiß nicht genau also irgendwie müsste man da so ein so ein Portal in die in diese Dimension da machen können wie das genau geht das weiß ich nicht so ein paar Blumenpflücken dann probiere ich mich mal was aus wegen dieser Tarmoflage Paske Tarmoflage also wegen Tarnung oder was mhm kann man sich da die Sack so einfärben oder ne das ist vom Sequel Dooms Mod das ist die Siegung geordnet was er doch sie gegründet dann verstecke ich meine Türen nämlich also mein Eingang versteckt damit du den ich finde es damit gemänt ist klauen kann zu nichts kaputt machen ja wenn ich hätte totale Griefing nein einfach nur weil es das 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 ich rede auch nur durch die Gegner und machen nix dreckig nix machen aber das geht nicht aber das geht nicht braucht man ja verschiedene Farbenstufe oder ok warum geht das nicht also er in der Mitte und dann okay ich brauche also maximal sechs Farben so ungefähr wenn das stimmt was ich denke wenn das nicht stimmt was ich denke dann ist es halt nicht so ich habe fast was Falsches gemacht und das geht ja nicht und ich muss was essen ich habe Hunger warum rate ich das eigentlich nicht ich bin das immer noch gewöhnt da mit dem ziehen und so echt schrecklich ich habe ein Dorf gefunden da ich habe ein Dorf gefunden noch ein braucht mit so vielen schwarzen schwarzen und davon schwarzen nicht nur sein es ist politisch nicht korrekt in der Beschwerde sein können dass er nur schwarzen sind wenn er nur schwarze Flecken sind schwarzen das okay wo 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 ein 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 das schmied in den Dorf das war immer nicht schau ich glaube nicht so ist erst mal ein holz 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 auch immer wieder ich habe auch schon schwarzen Fleck gefunden ich hätte es hier irgendwie über so einen komischen Krater oder sowas das ist schon so ein so ein so ein also das kann man kann man fast rund nennen aber es ist halt eckig so ein eckiges eckig rundes Loch so okay also ich würde ein Loch auf jeden Fall niemals so bauen aber vielleicht rund was rundes darstellt jungen es erschreckt es mich nicht so mit wie es wird es ist wie es ist wirklich eine ganz kleine verzögerung das es ist an mir funktioniert so oder und beim Bäume fällen ist das auch eigentlich es ist also dauert ein bisschen bis es dann runterfällt alles das ist ja das liegt vielleicht in der Mord oder so eine Ahnung das ist das nicht Waste das ist das für Stein Rissiger Sand hey das ist das das Nice to know trotzdem will ich hier nicht hin so und erst ein paar Bäumchen pflanzen damit ich nicht mehr so weit latschen muss ja aber neues ohr gefunden und ein neues erz was mit einem alten Ohr passiert habe ich mir leider doch in das Toftgang zerstört er ist interessant das war nur noch ein Ohr ja ich hab ein neues gefunden okay dann ist ja gut hast aber gerade so noch Glück gehabt hätte nämlich schief gehen können ja und es wird nach können wir eben pennen gehen ich bin oder nicht daheim warum nicht au ich bin die Leiter und so ich gebe mich aber dann gleich auf den Heimweg naja ich lege mich einfach ins Bett und stehe wieder auf damit mein Spornpoint wenigstens mal gesetzt ist denn das hatte ich ja eben leider vergessen oder ich hab mein Bett wieder abgebaut ich bin ich bin ich bin ja da auf so also dass diese Küste und wirst er bringen verstehe ich auch noch nicht und wir werden das glaube ich auch so machen dass wir das ist blöd wenn wir da versuchen ein paar was dann wurscht 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 wo er ist ich muss nur sagen und diensten wenn ein Denkfehler gemacht hey wenn es ja öfters pick dich du hast recht naja übertreiben wollen wir es nicht das ist Paragraph 1 ah nee stimmt nicht Paragraph 1 ist was ich sage ist Gesetz Paragraph 2 ist TGW hat immer recht Paragraph 3 ist sollte er mal nicht recht haben treten automatisch Paragraph 1 und 2 in Kraft genau so ist es die 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 wie ist Prozent anliegt man das nicht viel besser aber ich finde es nicht mehr heim ist nicht zu können hast du dir kein Waypoint gemacht war noch nicht das ist schuld ich hab glaubt ich ich gehe nicht weg so weit soll ich dir die Cordy sagen und noch nicht ich probiere es du bist trotzdem nicht mehr sage ich jetzt einfach mal so voraus aber wenn du vor die Tür gehst und geradeaus schaust kann ich immer machen was steht für die auf der Karte dann oben Norden Süden Osten oder Westen Norden ganz genau Norden da muss ich nach Süden also muss er in die Richtung passen oh Creeper soooo damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass der auch trotzdem noch explodiert ja kann man nichts machen ähm äh 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 nicht so gut die Schilder hängen schon mal hier dran auch wenn da nichts drauf steht m ja die hume das mein Holzáfic im Pris negativ ist es ist Jau. So. Wenn's daheim? Ich glaub schon. Was ist wenn ich das nicht glaube? Ist mir gleichwertig, ich glaub's immer schon. Ich glaub's aber nicht. Schön und gut, ist mir aber scheissgegangen. Ich vertraue Leuten, die an etwas glauben, eh relativ selten. Ist ja interessant, ist gut zu wissen. Ja, ja, ja. So, ich buddel mich jetzt mal ein bisschen in die Erde, wo das ist so meine Mine jetzt, ja. Und, ja, dann werde ich vielleicht auch mal neue Sachen finden. Ein paar neue Ohr, keine Ahnung. Auf jeden Fall suche ich jetzt erstmal nach ein paar Sachen, die überlebenswichtig sind. So. 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 Ich geh so auf 15 oder so runter. So. was heißt das eigentlich, wenn auf der Minimap da. Also da ist ja dieses Untergrundmodus. Dings da, Booms da, ne? Ja. Was heißt das dann, wenn da so ein großer schwarzer Fleck ist? Ist das dann unterirdisch oder oberirdisch? Ich bin nämlich jetzt unter so einem großen schwarzen Fleck. Nein, ich glaube, ich finde es nicht mehr heim. Sag ich doch. Aber ich habe dich übrigens was gefragt. Nein, doch, ich finde heim. Falls du das mitbekommst, nicht mitbekommen haben wolltest. Doch, das habe ich mitbekommen. Also, antworte mir gefälligst. Ich habe nicht die Frage gehört. Ich habe nicht bekommen, dass du mich was gefragt hast. Ich habe nicht die Frage gehört. Na egal, halt nicht. Frag ich dich nicht um deinen Rat. Das ist auch okay. Übrigens die Stunde bald. Hör mal. Ja, wir haben wieder mal super viel geschafft. Also ich schon. Ich habe schon mit meinem Haus angefangen und so. Ja, acht Minuten noch. Da habe ich bei TechEd habe ich 14 Folgen für gebraucht. Also da hatte ich den Boden noch nicht mehr ganz fertig. Die ist ja auch heute gekommen. Oder weiß ich nicht. Wie ich es hochlade und was weiß ich. Also jetzt nehmen wir es auf. Und zu dem Zeitpunkt kommt das morgen. Aber kann ja sein, dass das hier auch morgen kommt. Weiß ich ja nicht. Wie ich schon gesagt habe, die nächsten Folgen werden dann immer so 20 Minuten. War es nicht mehr so lange, wie bei TechEd zum Beispiel. Da war es immer so. Ähm, was war das? So 45 Minuten immer so um den Dreh. Oder eine halbe Stunde, 40 Minuten, keine Ahnung. Das war immer so viel zu lang. Und das hat viel zu lang gedauert mit dem Hochladen und zu bearbeiten. Und deshalb, man da jetzt auch manchmal so lange Pausen zwischen, wo mal kein TechEd kam. Weil ich dann überhaupt keinen Bock hatte, dann diese langen Folgen zu bearbeiten, hochzuladen und diese ganze Kräse, ne? Hey, ich habe mal so eine Frage gefunden. Was ist das? Warte ist das. Ich will es haben. Ach, da ist noch mehr davon. Leid. Leid. Leid Xytoro. Wo kann ich nicht aussprechen? Leid. Leid Xytoro. Was? Leid. Leid. Da kann ich nicht aussprechen. Ja. Ich habe eine Taumyum-Pigax untergevend. Da hab ich das drauf gehalten. In der Taumyum-Pigax często reinовой. er sei es ist das ist eine Wisp keine Porte gern aber das wird ja auch nichts nützen denn du willst dann wahrscheinlich direkt wieder verschlampen er könnte er gar nicht wissen ja wir haben sollen so zusammen war viele bis an die ich gespielt und er hatte erste den Portigern gefunden hat sich super darüber gefreut wird er mal das Portal auf dem Mond aus und verreckt er drin die Portigern wieder weg sowas kann auch nun im David passieren sie hat durch die zweite Portigern das war aber nicht so dämlich das war nur von einer Fledermaus gestorben du bist von einer Fledermaus gestorben aber da war die Portigern ja noch da und ich hab gedacht ich hätte noch die Entdeck an und bilden in die Lava gesprungen so freiwillig die sich durchdächtigt 25 Sekret Xikorium ich habe Leid Xikorium ich hab Blut Sektorium so lebt Zyker und Dax und sieben und zwanzig Puppets am ganzen Pampkins die Papam die Papam es ist die ist noch nicht zur Wahl und ich habe Uran gefunden das ist natürlich super ich kann es nicht ab na super ich habe noch kein bisschen Eisen gefunden das ist echt für 45 Bücher Barmier das gibt es nicht ich habe bis jetzt 0,00 Periode Eisen gefunden ich habe 150 ja schön für dich warum habe ich diesen Block dahin gesetzt der wird doch jetzt eh wieder abgerissen schon wieder so was dämliches ne ey und schon wieder so ein komisches Teil da was ist denn das diese Quarzkristals das ist wahrscheinlich irgendwann mal wieder was kein Schwein braucht weil es da so viele von gibt hier schon wieder eins mein erstes Eisen und hier ist Wasser warum ist hier Wasser und das waren einfach mal nur zwei Eisen das gibt es nicht nicht nur eine Spinne da ist eine Spinne eine Höhlen spinne nein ich bin vergiftet neun auf zu vergiften hier muss irgendwo ein Spinnenspawner sein hier sind nämlich einfach mal sauviele Spinnen wollen wir eigentlich wieder zusammen Höhlen-Tour machen? können wir ja okay muss aber zu mir kommen ja aber jetzt heute nehmt klar machen wir ein Ex 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 Exfolge da hinten da muss er sein wo der Spinnenspawner ist hier ist ein Cave oder Cage wie heißt das hm boah der Dieselgenerator Dieselgenerator hat es das denn ist es 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 er wird mit wie feind allen Plätzen macht da gibt es einen normalen also gibt es einen der malen kürzer und es wird es wird nein 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 as nur fast leerten aber advanced Maul sollten immer zu meinen Sachen kommen das ist das ist um Spenden es gibt wieder normale Project Table ich muss mir ein neues Schwert machen wenn ich die Kiste öffnen könnte es ist so ein fiete Piste fiete bis an die Stadt zu sich kennen es ist auch woran das liegt fiete bis an dies war 152 und das ist noch 1 4 7 müsste meine Sachen jetzt hat das noch ein da kommt schon wieder zwei vielleicht nur meine Sachen und dann hier weg ich hab hier nur ein Herz oh Gott ja aber ich bin gerade auf dem Weg nach also zurück nach oben jetzt bin ich nicht so dumm was jetzt bist du nicht so dumm lügt doch nicht man das hat ja sucht bei so 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 Papa viel gebrauchte heißen die und da ist auch so auch schon der Teile abgelaufen die Prozent muss er ein Zertag also besorgt hat sich ich bin Sorte ich muss bei Sorte orientieren kein Watt Inventar sortieren und ein paar Kisten füllen und mein Eisen noch ab ein bisschen anderes in der Ofen tun mit damit das dann so wenn wir Server sind so weiter brutzeln kann so lange müsste er noch wohl zu warten können oder und dann ist das ist super die Werder genau nächste Folge gibt es dann so wieder ein bisschen Mienen das ist ja eigentlich Standard bei uns in der ersten Folge wird immer mal in den ersten Folgen einfach meine Höhle gehen es ist jetzt ein Wunder dass ich direkt mit dem Haus angefangen habe das ist wirklich unnormal für mich das war so normalerweise immer das letzte es ist zu spät Prozent Prozent um so und steckert und das ist die jetzt können wir werden Götter ist an Prozent Dankes zu schon wie es sind aus der nächsten Folge die Leiter nicht nur so lang sein wird wird das kann man einfach nicht macht das jetzt jedes Mal eine Stunde voll ja das würde er glaube ich auch ein bisschen langweilig könnte ich jedenfalls mal so vorstellen er hat er hätte bitte Zeit jeden Tag ist ein einfach mal langweilig ist jetzt ist er spacken zu hören den Kopf oder nur die Stahl Gürtel Tüms ist morgen oder und kommt zu mir die Fakten der Monat nach so gut und wo sie sich in der Leiter die Bels und das ist tschüss bis zum nächsten Mal Tau bis zum nächsten Mal Tau Tschüss Untertitelung. BR 2018